Liebe Freundlich ist euer Steinwall. Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen und damit wird es Zeit für die alljährliche Wahl zum History Game des Jahres. Nur zur Erinnerung, im vergangenen Jahr standen auf dem Treppchen Battlefield 1, Civilization 6 und als Sieger Hearts of Iron 4. Wer wird in diesem Jahr den Sieg erringen? Welches Spiel mit historischem Hintergrund hat euch am meisten begeistert? Sei es beim selber Spielen oder auch nur beim Zuschauen. Und damit ihr euch auch noch an all die vielen History Games der vergangenen zwölf Monate erinnern könnt, stelle ich sie euch in diesem Video noch einmal alle in einem Schnelldurchlauf vor. Das Schöne dabei ist, dass so gleichzeitig ein umfassender Jahresrückblick auf das Spielejahr 2017 entsteht, zumindest durch die Brille eines History Gamers gesehen. Vorher noch ein paar Hinweise. 1. History Games sind für mich Spiele, die einen überwiegend historisch-authentischen Hintergrund haben. Ich bin aber kein Dogmatiker. Beispiel Assassin's Creed ist mit dabei, For Honor nicht. Ersteres nimmt trotz der Fantasy-Elemente den historischen Hintergrund ernst. Letzteres bedient sich nur daraus. 2. Qualifiziert sind nur Spiele, die 2017 erschienen sind. 3. Nur Vollversionen oder Stunt-Alones nehmen teil, keine DLCs oder Add-ons. 4. Keine Free-to-Play-Titel und ebenfalls keine Early-Access-Versionen sind zugelassen. Das wär's und damit geht es los. Dies sind die 35 Kandidaten in chronologischer Reihenfolge ihres Erscheinens, die um den diesjährigen Titel kämpfen. Und übrigens, alle Games mit einem Steinweilen-Symbol oben links wurden von mir auf dem Kanal hier auch vorgestellt. Links zu den Playlists oder den einzelnen Videos findet ihr in der Videobeschreibung. Nummer 1. Urban Empire. Eine Politik-, Wirtschafts- und Aufbausimulation, bei der der Spieler eine Stadt durch die Wirren des 19. und 20. Jahrhunderts führt. Nummer 2. The Frost Rune. Ein Point-and-Click-Adventure, das uns in die Mythen und die Geisterwelt der Wikinger entführt. Nummer 3. Wins of Trade. Eine Sandbox-Handels-Simulation mit prozedural generierten Welten, die den Seehandel im 18. und 19. Jahrhundert zur Grundlage hat. Nummer 4. Afghanistan 11. Ein Taktik-Spiel, das den Einsatz der US-Armee in Afghanistan nachvollzieht und vor allem die Schwierigkeiten des asymmetrischen Kampfes simuliert. Nummer 5. The Great Railroad. Ein Rollenspiel-Strategie-Mix, der uns Geschichten von den Friesen, Franken und Dänen im Frühmittelalter erzählt. Nummer 6. Army General. Ein Hexfeld-Strategie-Spiel im Stile von Panzerkorps, das den Wüstenkrieg in Nordafrika nachzeichnet. Nummer 7. Expeditions Viking. Ein Rollenspiel mit rundenbasiertem Kampfsystem, in dem wir als Wikinger des 8. Jahrhunderts in England landen. Nummer 8. Wars Across the World. Ein rundenbasiertes Strategiespiel, das mit einem einzigen Regelset Szenarien von der Frühgeschichte bis ins 20. Jahrhundert anbietet. Nummer 9. Gold Rush 2. Ein Point-and-Click-Adventure im Wilden Westen und Nachfolger des Klassikers Gold Rush. Nummer 10. Tank on Tank. Hexfeld-Strategie im Zweiten Weltkrieg und digitale Umsetzung des gleichnamigen Boardgames. Nummer 11. English Civil War. Argeots Strategiespiel-Umsetzung des Englischen Bürgerkriegs im 17. Jahrhundert. Nummer 12. Bounty Train. Kämpfen, handeln, überleben. Eine Art Faster-than-Light mit Zügen im Amerika des 19. Jahrhunderts. Nummer 13. Steel Division Mormondy 44. Die Wargame-Reihe kommt im Zweiten Weltkrieg an. Echtzeitstrategien mit stufenlosem Zoom und Multiplayer-Fokus. Nummer 14. Life is Feudal. Forest Village. Ein Banished-Klon, der den Spieler aber dank schicker Grafik ganz nah an sein mittelalterliches Dorf und dessen Bewohner heranlässt. Nummer 15. Flying Tigers Shadows Over China. Ein Luftkampf-Action-Game, das auf dem geheimen freiwilligen Geschwader der USA basiert, welches auf Seiten Chinas gegen Japan gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg. Nummer 16. Rising Storm 2 Vietnam. Reiner Multiplayer-Taktik-Shooter, in dem maximal 64 Spieler auf amerikanischer oder vietnamesischer Seite gegeneinander kämpfen. Nummer 17. Blitzkrieg 3. Echtzeit-Strategiespiel in der Nachfolge der legendären Blitzkrieg-Serie. Hat Singleplayer-Kampagnen, allerdings müssen auch diese im Online-Modus gespielt werden. Nummer 18. Cold Waters. Hardcore-Seekriegssimulation in der geistigen Nachfolge des Klassikers Red Storm Rising. Nummer 19. Gettysburg The Tide Turns. Hexfeld-Strategie rund um die berühmteste Schlacht des amerikanischen Bürgerkrieges. Nummer 20. The Ultimate General Civil War. Ebenfalls amerikanischer Bürgerkrieg, diesmal aber Echtzeit-Strategie mit einer dynamischen Kampagne, die den gesamten Kriegsverlauf simuliert. Nummer 21. Kingdoms and Castles. City-Builder mit Mittelalter-Flair und Wuselfaktor. Nummer 22. 1812. The Invasion of Canada. Boardgame-Umsetzung zum Konflikt zwischen Amerikanern und Briten in Kanada im Jahr, Überraschung, 1812. Sutton Strike 4. Fortsetzung der Echtzeit-Strategie-Reihe in modernem Gewande. Drei Kampagnen mit stark geskripteten Missionen. Nummer 24. Die Säulen der Erde. Eine interaktive Roman-Versoftung des berühmten Bestsellers im Stile der Telltale Games. Nummer 25. Oriental Empires. Vor-X-Runden-Strategie im alten China mit stufenlos zoombare Karte und automatisch ausgetragenen Gefechten. Nummer 26. War Bands Bushido. Hexfeld-Taktik im Brettspiel-Stil mit Würfeln, Karten und Miniaturen. Angesielt im Japan des 16. Jahrhunderts. Nummer 27. Divided We Fall. Reines Multiplayer-Taktik-Spiel im Zweiten Weltkrieg-Setting. Jeder Spieler steuert einen Squad aus vier Soldaten, sodass Koordination gefragt ist. Nummer 28. Arms Waste the Cold War Era. Globalstrategie im Kalten Krieg. Als USA oder Sowjetunion versucht man, den eigenen Einfluss in der Welt zu vergrößern und den gegnerischen zu minimieren. Nummer 29. Empire Architect. City-Bilder in der Nachfolge der Cäsar-Reihe im Sandbox-Modus oder im Rahmen einer Kampagne versucht man, eine römische Stadt zu erbauen und Aufgaben zu meistern. Nummer 30. Field of Glory 2. Runden Taktik in der Antike mit vielen authentischen Einheiten und Fraktionen und einer möglichst korrekten Simulation der damaligen Schlachtführung. Nummer 31. Bomber Crew. Action, Survival und Management-Mix mit Augenzwinkern. Der Spieler übernimmt die Besatzung eines britischen Bombers im Zweiten Weltkrieg und muss erfolgreich eine Reihe von Missionen bestehen. Nummer 32. Assassin's Creed Origins. Die Reihe geht mit mehr Rollenspielelementen zurück zum Ursprung der Assassinen-Bruderschaft, wodurch wir nun auch das alte Ägypten spielerisch erkunden können. Call of Duty World War 2. Nach Sci-Fi nun wieder alles auf Anfang. Die Shooter-Reihe kehrt zurück zum Zweiten Weltkrieg, trotz Multiplayer-Fokus natürlich wieder mit opulent inszenierter Singleplayer-Kampagne. Nummer 34. Mare Nostrum. Die Macher von Quadriga haben sich nun die antiken Seekriege vorgenommen und auch hierfür ihr spannendes Simultan-Zugsystem verwendet. Nummer 35. The Operational Art of War 4. Das traditionsreiche Hardcore-Wargame von Norm Koga geht in die vierte Runde. Wie immer steht die möglichst authentische Simulation von Landschlachten des 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt. So, liebe Freunde, das war's. Eine illustre Zusammenschau, wie ich finde. Nun seid ihr gefragt. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr zur Abstimmung. Aus den 35 Kandidaten dürft ihr eure drei Lieblingsspiele wählen. Die Top 10 der besten History Games 2017 stelle ich dann wie gewohnt ausführlicher in einem gesonderten Video zum Jahresende vor. Zum Schluss ein besonderes Dankeschön an alle meine Unterstützer bei Patreon. Ohne euch wären dieser Kanal und die vielen, vielen Videos nicht möglich. Ich danke euch für dieses Jahr 2017. Macht's gut, euer Steinwald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und die Video-Finstern, die Video-Finstern, die Video-Finstern, die Video-Finstern, die Video-Finstern... Untertitelung des ZDF, 2020